hallo und willkommen zurück bei 7 days to die let's play together gemeinsam mit der tibra hallo grüß euch und mir die manduin hallo so wir haben die nacht damit verbracht mit ein bisserl farmen ja und tag 22 mit reparieren unserer anderen base stimmt ja seitdem war ja keine aufnahme reparaturarbeiten das sieht sich aus zeitraffer für die die sie interessiert wir hatten nächtliche aktivitäten irgendwo um den bunker ich sehe schon da unten noch jemand ja aber ob noch jemand lebt weiß ich nicht jeden fall mal kurz im mininghelm auf und schalten das licht an schalte ich das licht an in der taste ja frage ist an welcher schauen wir mal ob man das belegt haben tockel flashlight keep it one oder rüben sind auch leichen ach wie toll 1 2 3 4 das kommt nicht stimmen was dann ich komm schon komm schon ich bin irrtümlich raus eine kreischerin eine kreischerin ich lauf da mal weg der ganze wanderhörter hinter mir her hallo ja 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 komm schon jetzt komme ich nicht rein sie ist da so ich habe sie wirklich einiges tun ich habe sie weg zu locken ich sehe sie mittlerweile wird es wirklich unangenehm weil man kaum mehr ruhe hat wir wollten sie eigentlich jetzt sofort auf den weg machen die häuser ich würde sagen wir laufen weg damit sie von der base weg laufen oder du bist da unten ja und jetzt steigen die auf der anderen seite im osten und schauen gaffen blöd so der ist erledigt der ostseite kann man die braucht ein bisserl gras weil sonst kann ich meine mlechen nicht einmal ja ah da schwester komm zu mir Achtung so dann bauen wir sich schnell ein paar stundenx ja inzwischen auf die ich sehe sie ach der war daneben kotzig erwischt sie wirklich auch troffen sehr schön achtung bekommen welche rundherum dass du die seitlich über siehst okay ich war ein stück von der südseite kommen ein paar auf die zu so den habe ich auch ich bin gerade oben so ich schaue jetzt mal dass ich schnell die krankenschwester lute bevor sie weg ist ja ich habe es gesehen so ist noch eine schwester kommt gerade runter aber da kommt auch achtung von osten kommen auch welche ja ich sehe es ach das ist nicht gut wenn man sich gerade weg traut naja wird der nächste pfeil durch so ich lass ihn mach du ihn das schießen auf einen der angeschossen wird das ist immer eine glückssache irgendwo leben noch welche auch da kommen kriecher da kann man stirbt du miese sau er war schon etwas da mag ich nicht gröte ach ein grauen mantel ok so der grieche ist auch erledigt ja da war schreierin ja ja da war schreierin eine miese gröte da ist selbstverständlich so viele die hat mich erwischt die hat mich erwischt guttest oder ja nein 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 gutter nicht die hat mich geschreckt und ich habe mich noch gefragt warum ich die saune fluten kann man hat es gemerkt das war ja nicht überhörbar so ich bin vom Bildschirm ich bin zurück gehüpft ok da liegen einige in den Spikes drinnen ah bloodfake jupi du also für mich war der schreck auch spürbar von der tibra weil der ganze Tisch hat gezittert ja du ich muss rein und muss ausräumen ok ja das wäre glaub ich nicht ich bin so voll schlimm ist ja es gibt ja jeder etwas anderes also man kann ja kaum raus decken da schau her was der Kaubi Hut ausmacht ist der heiß Ich gebe im Mining-Helm gerade an. So, wechseln. Es geht sicher gleich runter. Ja, sinkt schon. Okay, ich komme auch rauf. Huch, mal kurz zu holen von dem Schreck. So, wir räumen das jetzt ganz schnell ein. Weil, wie versprochen, gehen wir jetzt looten. Genau. Ich hoffe mal, dass uns jetzt nicht gleich wieder welche stören. Okay, ich habe ein Blatt Fett. Das schmeißen wir raus, haben wir gesagt. Das Fett kommt noch da her. Die Pain-Killers kommen da her. Die Mooney kommt dann dorthin und die Knochen, glaube ich, wieder her unten. Das ist da unten, genau. Die habe ich... Huch! ...habe einen Platz verändert. Okay, ich gehe schon wieder mal raus und... Ich gebe laut, wenn wieder Indoor-Zombies. Hm. Ja. In welche Richtung hast du gesagt, äh... Ja, wir laufen ja gemeinsam. Nordwesten von unserer Base ist es... Ich rauf durch deinen Wald. So, ich schmeiß da mal kurz was raus. Das da, schmeiß es mal weg, weil die Schuchel... Braucht niemand, diese Schuchel da, die Stiefel. Und das Knochenmesser brauchen wir auch nicht mehr. Der Grund... Wir haben sie schon angekündigt. Ich habe zwei Jagdmesser erstellt. Ah, da oben kommt ein Griecher. Genau, Richtung Nordwesten. Ach, was dann oben? Ja, den habe ich gerade gesehen. Ja, und wir haben Spiked Plug Club neue, also... Keulen halt. Irgendwo hier oben ist er. Ja. Ja, dann lassen wir ihn da oben sein. Ja. Gut. Ähm, jetzt... Ja, jetzt hören wir ihn da wo. Ah, da ist er. Wenn es der ist... Ja, der ist es. So, er war's. Sicher? Ich hatte auch gedacht, er war's. Ja, ja. Wenn... Wenn du nicht mehr hunted bist, dann ist er... Und wo ist jetzt die Stadt oder die Häuser? So, ich habe zwar jetzt wieder einen Loth aufgenommen, aber egal. Ja, und jetzt... Und zwar ist es noch etwas da im Norden. Und da sieht man es schon. Sobald man da ein, zwei Meter reingeht, sieht man da schon ein Hausaufbocken. Ah, ja, genau. Ja. Es kann nur sein, dass uns etwas wärmer wird da draußen. Wie? Dann müssten wir dann im schlimmsten Fall irgendetwas abliegen. Bahn. Ah. Ich höre nichts, bitte. Haben wir das schon mal gelootet? Nein, gell? Nein. Da waren wir noch nicht. Magst du mal das Dach? Ja. Okay, dann mache ich mal rundherum. Okay. Komischerweise wirkt es da sehr leer. Auch wie ich die Bäume abgebaut habe, ich habe da nie Zombies gesehen. meine Einzelne... Ich verschaffe mir mal einen Überblick. Ja, schau du mal vielleicht runter. Ja, Richtung Westen, wo die Tankstelle sind drei. Ah ja, ich sehe da auch einen. Ah, und vom Norden her? Hast du Wood Frames, dass wir uns schlimmstenfalls auf das Dach flüchten können? Du könntest das aber schon mal aufstellen oben, das Zeug. Okay. Und ich schau mal, ich beschäftige mich immer mit den Zombies da. Hm? Versuch da irgendwie was. Ich werde da mal Frames aufstellen, damit wir genau wissen. Lauf im Kreis, gell? Du laufst im Kreis. Was? Na du. Damit dich keiner erwischt, meine ich. Ach so, ja. Ich schaue... Ah, es ist eine... Was ist das? Nein, es ist ein Supermarkt. Ich habe mir jetzt schon gedacht, das wäre eine Apotheke. Oh, was ist das? A Western Saloon? Ja, das schaut so aus, gell? Hm. Aber ich schau gerade hier... So, ich muss einmal schauen, ob sie da nicht von der anderen Seite auch wo er naniert. Nein. Ich... Soll ich am Dach bleiben? Ja. Du kannst oben bleiben, ja. Ich lock die immer da so vor, die Straße entlang. Okay. Darf ich auf sie schießen? Du kannst auf sie schießen, ja. Ich glaube, der... Der ist schon tot. Das ist ein Anzeigefehler. Irgendwo unter mir muss ich was tun. Ja, ja, ganze Menge. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie endlich auf mich aufschalten. Ah, jetzt. Jetzt hängen sie an mir dran. Ich hole sie nach vorne. Ja, okay. Ja, Achtung, vor der anderen Straßenseite kommt auch was, gell? Ja. Aus wo? Du meinst von der Werkstätte, oder? Ja, genau. Ich lauf einmal kurz da ein Stück raus, weil ich muss was rausziehen. Mir geht's immer schlechter. So. Ach, das habe ich notwendig gehabt, dass du hinter dieser Säule bist. So, ich hoffe, jetzt wird es besser mit der Hitze. Ja, schön stehen bleiben. Oh, wo ist die Schwester? Gut, er war knapp. So, dann haben wir da wieder einen. Aha, den, was glaube ich, du gerade. Okay, dann holen wir da wieder den Rest. Da ist ja noch jede Menge. Jede Menge hinterm Haus. Krankenschwester, aber erledigt. Ich hole sie mir. Hast du den? Da ist ein Griecher neben der Betonsäule. Hast du den schon gelootet? Nein. Du meinst den da, oder? Ja. So. Ich habe jetzt 99 Grad, also das kann ja nicht wahr sein. Also warum geht das nicht runter? Ich habe schon alles ausgezogen. Ich habe 97. Ich kann jetzt nur mehr Rüstung ablegen. Ist das, äh, Tuch ist kühlend, oder? Ja, das sollte kühlend sein. Steht auch nirgends mir. Dann Dana. Ah, jetzt geht's runter. So, ich, neben der Säule habe ich auch eine gelegt. Ja, genau. Dann die Krankenschwester da. Nehmen wir noch was. Ah, da kommt noch einer. Ja. Okay, neben dem Autofark ist auch ein Reiche. Ach, da hinten bei der Werkstätte ist ein Griecher. Ja. Ja. Sehen. Der Arme. Äh, wir sollten die Sachen, die wir finden, irgendwo zusammenlegen. Ist da oben beim Dach irgendwas? Gar nichts, na, da ist gar nichts. Okay. Vielleicht auf einem anderen Dach. Na ja, ich bin jetzt schon fast voll. Okay, na, ich werde jetzt runterkommen. Aber hinter dem ist ein großer Container. Hinter dem Haus. Hm. Na ja, auf das Zeug klopfen sie gern drauf. Okay. Ich komm. Na ja, ansonsten bauen wir eine Kiste und stellen die oben auf. Auf dem Flachdach. Ich komm jetzt mal runter. Ja. Stell eine Kiste noch auf oben. Oh, eine Kiste hat es gesagt. Und an. Ah. Ah, natürlich entsperren. Das stelle ich aber ganz vor, dass nicht gleich da Bemengung ist. Locked. Ups. Das bleibt so. Das ist entsperrt. Und kloppert rein. Warum kann man das nicht mehr... Okay. Das kann ich nicht mehr scrappen. Was denn? Ah, das ist gescript. Okay. Ja. Wenn es schon mal gescript ist, dann können wir es nicht mehr. Das hat was ja. Ich war grad ganz verwundert, warum das nicht geht. So. Mein Gewand legen wir zusammen, dass wir hier tümlich nicht irgendwas verramschen. Wie sieht es aus, wenn man eigentlich einen Großteil... Hm? Kann man einen Großteil von denen... Es ist ruhig. Ganz ruhig. Okay. jetzt nur krankenschwester gehabt aber ich glaube das war es jetzt dann komme ich mal zu dir ja ich würde sagen wir wir starten mit dem supermarkt muss du drauf ist ein supermarkt lebensmittel da liegt noch eine mag ich mag ich da reingehen warum oder glaubst du ist da noch was drin und wenn dann merkt man sie gleich aber du könntest da da ein frame aufstellen dann überrascht dir nix ich lade mal schnell oben aus und bin dann gleich wieder bei dir hast du die säcke auf der straße geluttern habe ich nicht wenn du die am boden liegenden den müll abbaust also nicht die danke bekommst du papier aus ich weiß schon ja 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 stimmt ist nicht uninteressant weil wir aus papier brauchen für die muni so du hattest recht mit der fackel ich werde hier schon mal keine fackel brauchen wir haben schon so viele von die sandwiches schmeißt jetzt weg das habe ich schon alles ausgenommen und rauf da ups da ist kein ja passt ok mit spaßen das kräptner das könnte mir eigentlich erinnern lassen was ist also wenn es das nachher bei mir wachsen kriege während darauf noch ein herzinfarkt ach du kacke geht's ich habe ihn erledigt blutest du nein ok aber wo ist der wo ist der her wo ist der her gekommen ich höre jetzt aber auch welche draußen ich komme gleich runter oder es war dringend ich höre auf alle fälle ein zombie nein nein es ist vor dem geschäft abendlich durch die glasdings gießt vor dem supermarkt ok komme ich schon runter den übernehme ich gleich hinzu mal ich mache meine ich habe ich habe ich habe ichη ich habe ich habe ich habe ich habe das ist Komm raus, weil dahinten... Ich bin rausgelaufen. Okay. So, hinterm Haus liegt einer, nicht schrecken, wenn man aber erledigt. Da ist ein Kriecher und vorm Haus ist auch wieder ein Arsch. Entschuldigung. Ich höre sie da auch noch irgendwo. Ich glaube, die sind drinnen. Ich schieße durch den durch. So, ich komme noch vor. Mhm. Ja, ja, sie sind da irgendwo eingespürt drinnen. Das ist aber neu. Das sind geschlossenen Räumen. Wo bist du? Ah, die Straße entlang. Raus, äh, Richtung. Ah, okay. Gut. Postercard einen erlegt. Postercard einen erlegt. Gut. 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 Gut.